Direkt neu aufnehmen. So, willkommen zurück zu Display Aliens Fireteam Elite. Jetzt habe ich es aber richtig gesagt. Äh, das, ja, durch Co-Op-Spiel, Alien-Shooter, mit der mit Hans und Fabian natürlich. Ist ja klar. So, wir haben hier ein neues, letztes Mal was wir besprechen können. Ich hoffe, du hast das nicht ingestiert. Es ist ein internes Lubrikant, die von Synthetik, wie ich selbst. Artifische Menschen, wenn du es magst. Oder einfach Androids. Wir sind designed to mimic human form und behavior und können viele Tatsen, oft ones that humans find upsetting, unethical, oder physically uncomfortable. In den letzten Jahren, da waren Synthetik, die sich in der Lage waren ...unstable. Die Initial Lösung war es zu machen, unsere Minds nicht mehr komplex. Seit der 2160s, Synthetik sind verabschiedet durch die Hörger-Code-Lawen über die Überlegung acceptable behavior towards humans. Die Colonial Marines emploieren Synthetik in various roles. Hallo? Die Integer-Series sind die Models Low-Sapient-Kombat-Models. Vielleicht hast du mit unseren Platoons Alpha und Beta und High-Functioning Bishops und Esters operieren die Unterstützung Analyse die Anomalyse und Analyse die Anomalyse und bedienen die Medikamente. Das ist ein Siegsen-Maintenanz-Jack, ein Standard-Accessory included mit jeder Synthetik-Synthetik. The Working Joe was a class of Low-Sapient-Android popular last century. They were, if you will pardon my saying, an unsophisticated design. Synthetics from Weyland-Yutani and Hyperdyne Systems served the high-end market. Siegsen Company had neither the technical nor industrial expertise to compete. Working Joes were assembled from inexpensive commercial electronics. In a time when disguised Synthetics were misused to monitor or discipline human employees, seeks and marketed with a slogan You always know a working Joe. Their crude appearance was a selling point among those fearful of synthetic infiltration. Ja, gut. Wir legen dann Kobi-Gerder hinten. Was denn? Gut, wir machen die nächste Mission und damit auch die letzte der ersten Kampagne, nämlich Abzug. Feuerteam, das ist eine Rettungsmission. Ihr bestätigt Katanga entflossen und warte mal, ich bin falsch. Wir haben Honecker gefunden. Jetzt müssen wir ihn sicher zu Ende zurückbringen. Lieutenant Co. wird unsere Shuttle in einen der Hangar der Offenheit bringen. Jetzt wird hier Honecker zu uns runter damit wir ihn abholen können. Sein Sicherheit hängt für die ab. Nein, die ist die Pistole. Auf dem dritten Slot. Warum steht mal einer da nicht? Es ist random, welcher genommen wird. Ja, eine wird ausgewählt. Also diese komischen Leute, die da hängen mit Kopfsch... würde sie töten. Das sind die Taten, keine komischen Leute. Nein, bitte. Ja, bitte. Und dann kann es , Schnell, schreibe ich eine Dramatik! Die Verkopfationen, Honecker hat keine VA-Suite. Ich hab ihn in einer Karte. Ja, oben steht das ja immer. Stimmt. Jojo. Im Übrigen auf drei habe ich eine zweite Pistole. Ja, die auf drei wäre weggefallen bei meiner Herausforderungskarte. Also wenn ich meine reinhaufe, dann fallen eins und zwei weg. Ja. Und die Fähigkeiten. Ich bin glücklich, dass du mir das Pistole gegeben hast. Swarm, kommen in. Venturi deployed. Noch mehr, von den Seiten! Junction clear. Direktroute blockt. I got no connection to those compartments. We'll bypass below Decks. Was genau ist unsere Karte eigentlich? Ich hab da 0 von 50. Diese Taten abschliessen. Oh, krass. Oh, okay. Aber mit Kopfschuss muss man die töten. Ja. 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 Ich bin Mann, die Korleks haben die gesamte Station geflogen. Right, bypass Mark I, Mod I, head through, waste, processing. Also wenn der Typ keine KI wird, dann wird sich auch denken, ey, was machen die? Das sind voll die komischen Marines, die rennen dauernd von einem einer Sackers in die andere. Hinter uns. Hinter uns ist Bier. Sie sind in den Ducks. All right, everyone out of the pool. Du musst in dieser Mission keine Syntheten. Wahrscheinlich. Ich hab mir gerade immer aufgedacht. Obwohl die das ganze größte leer sind. Der ist doch garantiert irgendwo was zum Aufsammeln. Ganz auch komisch, dass wir sind nix. Juba. Nö. 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 Viel zu leer hier, doch. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich glaub, das sind einfach Spawns von Aliens. Denk sehen die Gänge immer so leer aus. Und weil ich Spawns not of Aliens. Prowler. No power to the door. Get the backup generator. Far end of the room. Ja, Hörnicke, guck dir einfach nur die Aliens an. Kratz. Haha. Rearming. Let's rock. Ready? Ready? Yo. Yo. Did you hear that? They're coming. Line's up. Ow. Fuck. 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 Marsters, inbound. We see more! Left side! Right hand! Can't flop! Let's go! Let's go! We can't do it! Es sind Datenhunde da sind. Wo? Ich komme da jetzt weg. Ah ne, neues Ziel. Das war nicht. Durch. Ich denke gab es auch keiner, weil der eine wichtig war. Ich habe den Code für Sie. Ich denke, das ist ein Dachmin. Ich denke, das ist ein Dachmin. Ich denke, das ist ein Dachmin. Ich bin hier mit einem echtes Spiel. Da kann ich extrem abandoned werden. Ich bin hier mit einer Schrauf. Ich bin hier mit einer Schrauf. Ich bin hier. Ich bin hier mit einer Schrauf. Ich bin hier mit einer Schrauf. Weil in dem Menü stand, dass es hier noch vier Stücke in der Kammer nicht geben soll. Da müssen wir auch bei den anderen was verpasst haben. Vielleicht hätten wir ein Live-Series-Kombatten-Syntheten machen müssen, oder keine Ahnung. Schmuggeln das in der Knastbrieftasche, was weiß ich. Another way! Grace! Auf der Seite, der Spitter! Robi, Spitter! Schwung, sauer heiß! Nein, nur mal zurücklaufen und Muni holen. Hat Spaß! Ja, Spitter macht das schon. Oh, Börste! Ich glaube, es ist ein bisschen schade, dass man Herausforderungskarten wählen kann, aber das durch das Leben beeinflusst. Das heißt, man hat keine Chance, die abzuschließen. Oh, die sind jetzt einfach gut versteckt und die hängen an der Decke oder so. Meinst du, das wegen der Herausforderungskarte, die weg sind? Ja. we are jetzt hier. iddr grabbing ammo. Sentry deployed. 在 der Drums Ich brauche ihn. Nö, hier gibt es gar nicht zu töten durch die Herausforderung gerade. Hier ist einer und der hat keinen Kopf. Ah, Intel. Ah ne, die sind einfach... Das ist Quest, vergesst es. Das ist Intel. Das war... Ich habe die Quest hier entdeckt, bevor es angezeigt wurde, deswegen. Das sah so aus. Was wäre vielleicht schon gut hier? Oh, K1. Oh, nein. Oh, ja. Armin, du sollst dich vielleicht langsam mal heilen. Ja, ich weiß. Oh, so, wir sind sicher. Oh, nee, oh. Oh, wir sind sicher. Ich schnauze damit. Oh, wir haben noch was gefunden. Hey, ihr. Let's ask these guys. Passage secured. Ja, 0.50 bei der Herausforderung. Sieht gut aus. Yo, gear over here. Hier sind wir auf dem Lager, ja. Versteck das Lager, manch. Ich war auf dem Lager. Deswegen hab ich's auch markiert. Geil. Das ist hier wie ein Osttakes. Ich habe keinen Link mit Pry-Fly. Ich kann nicht die Launch-Sequenz mit remote. wieder die herausforderungskarte verarscht uns oder die verpackte spiel das hätte die ausrüstung irgendwie nen bug gibt das die zentäten aber wechseln ich bin ein bisschen ans kreisdruck ist so ein verpackt unspielbar genug mit spiel jährlich spiel ist morgens tot also gerade derzeit 21 rd reviews in der nachtel Ja, hatten wir doch bei Thieves so extrem so. Ja, das Spiel ist jetzt schon tot, Release und tot. Wir werden das in der Match-Suche 0,2 Sekunden, geil. Nein, das Spiel war aber keine wichtige, notwendige für fremde Leute hat, wie das hier. Das kann er auch nicht aussterben. Jetzt ist es noch schon tot, Tobi. Wie kann das noch aussterben? Das ist Tobi, bevor es auf die Erde kam. Rot werden entwicklungen. Right flank, inbound. Watch left flank. Let's go. Watch left flank. Watch left flank. Tor Hydraulics primed. Continuing launch sequence. Ubi, lauf. Ja. Stecker. No. Okay. Das war diese typische 90er heroic move. Ich bleib zurück und dann halt sie auch auf. Ich bleib zurück und dann halt sie auch auf. Ja. 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 Das war's für heute. Ja, wen auch sonst. Nimm auf die Großen. Okay. Das ist, äh, Lauf. Nimm die Fabi. Ja. Komm, kriege ich in eure Richtung gelaufen. Komm, drei, kriege ich in eure Richtung gelaufen. Uah, der eine hat ja gekochtet. Er hat mich. S, W, E, E, A. Ciao. Tskato. Oh, mein Gott. Oh, wir sind doch alle hier. Oh Gott, wir müssen hier eben bis hinten stehen. Wie geht's nicht? Ich braun. Oh, fuck. Nicht auf den Faden hier. Nein. Ich glaub, das war's. Ich krieg hinter. Ja. Bringt nix. Ich dachte, ich kann mich über Leoparden alleine abhauen, aber es geht nicht. Ja, okay. Ich würd mich erheilen. Ich würd mich erheilen. Am Ende des, äh, bist du überrannt, sollst du nicht schaffen, aber da müssen wir schon alle hinten stehen. Ah, wir haben leider keine fünf, die sind hinten gekämpft. Ah, wir lassen. Das müssen wir nochmal machen. Ich kann allein nicht gleich auf Neustart drücken, wenn wir es zu Basis zurückkönnen. Ich dachte, das ist ein bisschen schade, das Feature hat man anbauen können. Ja, ich mein, wir haben halt leider nur verloren, weil wir diesmal keinen Marine da hatten, der Feuerstreit, Weidmanns High Marines. Hurra, wie bei... High Marines. Das haben wir jetzt in der zweiten Vision auch nicht gemacht. Der Krönsch am Anfang. Ja, genau. Habt jemand von euch die Pistole gerade gebraucht? Äh, ne, ich hab ja eh ne Magnumhalteres Main Waffe. Hat wer von euch irgendwas außer der Pistole gemacht? Alter, das Level ohne. Nur mit der Pistole, keine Fähigkeit. Naja, ich hätte jetzt die Pistole weggenommen als Herausforderungskarte. Und dann hätte ich wenigstens was bekommen. Das war auch nur Spaß, Tobi. Ich möchte das nicht machen mit... Jaaaa... Jaaaa... Ich bin der Haft, dann bin ich raus. Okay, also am besten gleich alle hinten ins Ding stellen. Sobald wir am Ende sind. Sein ist es ja machbar. Wer wettet denn mir, dass jetzt die Tätten da sind? Ich glaube nicht. Ich wette nicht, weil das ist nicht Colonial Marines. Das ist ein gutes Spiel bisher. Okay. Wir wissen ja jetzt, dass es in den Gegend nix ist. Wir können uns eigentlich gleich pushen. Oh, hier war das Ausfall. Ich nehm den Gang. Kriege ich. Ja stimmt. Hier war jetzt Aushalten. Ich glaub da hätten wir grad nen Dock brauchen können, weil... Ich glaub da hätten nämlich nen Perk, dass du den da sofort halten kannst. Die beiden Sammlungsobjekte waren erst gegen Ende. Jaaaa... Kommutlich sind im letzten Raum alle Objekte. Und hunderte Syntheten oder so. Das können wir mal eben machen, wenn die drei Krieger auf einen eintritt. Mach auf! Mach mal wieder Fabi. Joa, wer auch sonst. Ja, tatsächlich. Ne, wieso gibt's einfach keine. Ja. Ja. Water shouldn't be toxic, but I wouldn't soak in it. Watch the vents! Sentry deployed! Was ist der an der Decke? Halt's bitte! Oh nein, der Spooksauerei. Hör auf, hör auf. Ha nehmt euch! Slick! Was tut! Bath time's over. Get on out! Getsch! Wie geht's? Geht es. Geht es? Geht es? Das war's für heute. 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 Okay, there I go. Das war's für heute. Free army. The door's got power, but they're locked down. Nester? A 16-million-digit cipher. Perhaps check the logs of the maintenance synthetics? Accessing. Little friends, coming up the pipes! Sentry deploy. Sentry deploy. There's more! 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 there... There's more... There... There... There's no doubt anything else you've ever done? You won't go see... No... You haven't get lost, I won't go see... Alright! Ja. Is there another? There we are. Sending you the door code. We're running a bypass. Let's go. Sentry deployed. Prowler. Short party, we are down in Hangar Epsilon, standing by for pickup. The Beltway. Home stretch, Fireteam. Oh, so we're safe. Oh, yeah, I can't wait anymore, okay. That's what I'm doing. I'd say that's a negative. Sentry deployed. So, I'm going to hit the landing page. Achtung, Burster an der Decke. Die explodieren sauret. Hehehe. So. I got help. I got help. I'm going to hit the landing page. Sick. Is this a company ship? Okay, das ist ein neuer Items. Ja, geil. Der war doch irgendwo... Kies. Wo? Loll. Da hinten. Da hinten. Rearming. Es ist nur ein Fleischwerk. Oh, jetzt mich, Fabi. Ah, ist zu spät. Jetzt hast du mich geheilt. Ja, du mich mit dem, du wirst. Warte. Nimm da jetzt auf und dann... Da hinten. Ja. Okay. Okay. Wir sollten gleich nicht direkt alles am Anfang verballern. Ja, ich hab noch. Okay. Ja, mal wenn sie... Ich hab noch 6. Ich hab noch 6. Ich hab noch 6. Ja. Aber sonst kann auch nichts genützt, dass sie da lagen. Hehehe. Schön. Meine Idee ist nur, dass wir vielleicht zusammen lieber zu den einzelnen Dingern, die wir tätigen müssen laufen. Weil es war auch schon mal der Verdettenfehler sich aufzuteilen. Ja, da hab ich... Ist der eine immer abgeschnitten und... Da haben wir ein Problem. Ja, da sollen uns nicht geklärt werden. Eher so die Hände über da schauen. Oh, hey, hier. Habt ihr vier Krieger? Genau. Aber die kamen da gespawnt, wo ich war. Das heißt, wenn ich... Wenn die KI nicht zu euch gelaufen wäre, wären die auch alle auf mich gegangen. Einer davon hat mich ja dann auch gepackt. Weil ich alleine da vorne war. Okay. Zum letzten also zusammenlaufen. Und der letzte ist ein endloser Ansturm. Das ist wie bei der Verdetter. Da müssen wir dann sofort zu dem Schiff ran. Aber da kommen endlose Fäder. Kann man nicht klären. Und da zuschauf ich vielen Vergleiche, aber den muss ich auch fast ziehen. Ne, unterraste es bitte. Ne, unterraste es bitte. Ja. Konnten wir Scheu machen. Da kam ja nix. Einer muss halt Honecker decken, weil der schwirbt halt sonst. Da ist doch immer bei dem... Bei dem Olch. Der Lauf. Da kommen jetzt einige. Aber bleiben wir nicht zurück. Einige. Ja. Ja. Da sind die gelaufen. Okay. Okay. Das ist jetzt close. Okay. Okay. Link ist das nächste. Da kommt ein Hunter. Okay. Noch einer. Sehr gut. Munition. Ja. Ist okay. Still red. Ja. Ist okay. Still red. Ja. Ist okay. Still red. Ich bin inbound. Ich habe eine Warte von Signalen hier. Spinner, kommen in! Seh'n den Deck! Krieg auf. Ich habe nicht den Haken gespritzt. Ich habe den Haken gespritzt. Hahaha. ist das wo die kommen ja ich komm mit fabi du musst davon nicht aufpassen das stirbt was du willst denn mach ich ja jetzt viel gute frau Achtung die drei Gegner kommen jetzt jetzt scheiße hinter zum Schiff lauscht oh Gott Stückchen Kuh ne ja ich habe jetzt erwartet dass wir in einer neuen Szene kommen wir rausfliegen die ganze Szene aus uns ranhängen und hinterher rausfallen das war nämlich gerade so die Situation wo so drei Tanks auf einmal kommen äh das ist ja Warriors heißen Flammenwerfer freigestellt vollerweise spiele ich halt kein Ding noch heavy gut bin mal kurz auf K jo das war eine überlänge Folge weil wir aber gescheit haben so bis zum nächsten mal macht's gut ciao ciao ja ja no flow Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017